Wow, 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 warum? Ey, 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 warum, warum, warum? Shit! Yo, herzlich willkommen zurück zur Corny Show. Oh, heute geht's rein, heute gehe ich auch mal rein in Elden Ring. Ich habe mich ein bisschen gelevelt, ich habe mich ein bisschen gepusht, habe mir den Allotrix Platin Run angeguckt, habe mir das Spaßpaket gegönnt und bin jetzt selber auf der Suche unterwegs. Äh, guck wie, was, was ich finden kann, was ich machen kann, stelle mich selber den Monstern und Bossen. Äh, falls euch gefällt, was ihr da seht, dann lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da und kommentiert auch gerne, Feedback immer geil. Viel Spaß! Ich habe ein bisschen vorgelevelt, ich habe ein bisschen vorgeskillt. Ich hoffe, ich bin nicht zu unterlevelt. Verbotene, verdammte Lande. Ich will auch ein Elden Lord werden. Ich hoffe, ich kriege nicht zu sehr auf den Deckel. Tatsache ist, ich habe Springen auf L2 und Dodgen auf L1. Wo sind meine verlorenen Runen? 28.000 auf Tasche. Ich habe den Boss hier besiegt und ich darf aber nicht in den Eldenbaum rein. Ich glaube, da komme ich erst zum Schluss rein. So, jetzt musste ich hier raus, hier rum und da rein. So, jetzt bin ich hier. Da war aber noch was. So, hier geht es noch lang. Guck mal, hier ist noch ein Turm. Verdammte Axt. Das Landgebiet der Hauptstadt. Mal gucken. Wey, yo! Wey, yo! Wo bin ich denn jetzt? Oh, shit! Äh, hallo? Hallo? Lange mir Kraft! Oh, shit! Blute! Blute! Komm schon, komm schon! Ah, ich habe einen, ich habe einen! Wuhu! Guck mal, hier. Und schnipp! Und schnipp! Oh! Verstauen! Hau ab! Was ist denn hier los? Warum ist das so dunkel? Äh, 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 äh. Wie, Judo. Und zapp! Zapp! Oh, 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 oh! Nicht gierig werden! Nicht gierig werden! Ah! Jetzt aber! Was war denn da los? Uh, Runen! 63.000! Heiliger Turm von Ost-Altos! Let's go! Oh, oh, oh! Was ist hier los? Morgots große Rune! Geil! Oh ja, hier ist noch so einer. Ähm. Wey, yo, wey, yo. Ey! 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 Wählt die Anzahl für die Übergabe aus. Versteh ich nicht. Was passiert hier? Wow! Kriegsasche! Schrei der Bestie! Nein! Warum? Kann ich an Homie vorbei? Lass mich in Ruhe! Neues Land, neues Glück! Bäh! Geil! Ruinen von Zahmoor! Jo, wahrscheinlich! Feuerblüte! Wow, wow, wow! Übertreib nicht, übertreib nicht! Geil! Geil sieht das aus! Erschmo darüber! Ja! Oh, nee! Oh, nee! Ich werde schon anvisiert. Wow! Wow, 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 wow! Das war... Okay, das war crazy. You got me crazy, crazy. Ich weiß nicht, für was dieses Regenbogenkram ist. Für was die Regenbogensteine sind! Flamme gibt mir Kraft! Zack! Er hat sich nicht einmal gewehrt. Wir brauchen mehr Ruinenbogen. Wir brauchen... Ich brauche mehr die da, da, da. Psst! Ich brauche mehr... Ich brauche... Ich brauche mehr... Piepapapa! Ich brauche mehr davon. Ruinenbogen. Mein Meister. Gib mir das! Ja! Dunkelschmiedestein 8! Bam! Was ich gesucht habe. Geil! Brauchen wir... Ich werde definitiv so 200 Stunden safe locker für das Spiel brauchen. Ich muss... Ich gucke alles an. Ich muss alles gucken, suchen. Oh, wow, wow! Ach, komm schon! Nein! Nein! What the fuck? Ah! Warum? Komm schon, jetzt aber... Bam, 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 bam! Damage. Was? Guck. Yes! Alter! Endlich! 42.000! Uh, 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 uh! 42.000! Da ist das Mausoleum. Da muss ich hin. Oder da will ich hin. Komm schon! Gleich habe ich dich! Ich habe dich gleich! Ja! Gott sei Dank! Ja! Todesrietenvogel! Ah, jo! Moin, Meister! Wahrscheinlich! Hau ab! So! Da du schon mal hier bist. Darf ich bei dir was... Wey, yo, wey, yo, wey, yo, wey, yo, wey, yo, wey, yo, wey. Warum darf ich hier mehrere Echos duplizieren? So, jetzt gehe ich zurück zur Tafelfeste. Und jetzt kommt, jetzt habe ich diese Seele dupliziert. Das heißt, ich habe sie jetzt zweimal. Jetzt gehe ich zu Omsen. Und Omsen kann mir jetzt geben. Einmal Morgots verfluchtes Schwert. Und entfesselt viele Gespenster, die Gegner verfolgen. Jetzt gehe ich nochmal zu... Homie Bestie. Wow, wow, wow! Warum? Ey, 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 ey! Warum, warum, warum? Shit! Warum ist der sauer auf mich? Bro. Okay, motherfucker. Arznei. Heilige Kraft. Heilige Gnade. Flamme, gib mir Kraft. Schwerter, switchen. Ist das, weil ich ihm die Todeswurzel gegeben habe? Ach, ich... Also, liebe Gäste, liebe Zuschauer. Es geht rein. Als erstes, wir bereiten uns vor. Okay. Also. Arznei. Goldener Schwur. Flamme, gib mir Kraft. Wechseln auf die Katanas. Und rein! Wird er einschlafen, der Homie? Ey, yo, 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 warum zwei? Shit, 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 shit. Ja, dicker, was? Ich glaube aber, wenn ich ihn bastle, dann verschwinden die beiden. Das könnte vielleicht der Trick sein. Aber, ich bin am Arsch. Ich bin sowas von am Arsch. Wir rufen die Homies. Jo, wahrscheinlich, Digga. Jawohl! Einen hab ich. Nimm das! Mann! Scheiß Frostschaden! Ich muss erstmal Kollegas rufen. Jo, wahrscheinlich! Und dann. Schlucken. Heilig. Flamme. Und jetzt rein da. Direkt. Und nochmal. Schlürfen. Und nochmal. Schlag. Ah, 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 ah. Nochmal. 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 Und ein Schlag. Nein. Das nächste Mal, meine Freunde, geht's weiter. Vielleicht nicht genau hier, aber im selben Gebiet. Und was guckt. Tschüss. Ja.